Musik Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Valhalla. Mit mir, dem Jan. Können wir hier aufs Saal springen? Nein. Wir haben den Plan zerstreut. Wir herrschen in Rügjafilki. Ein zahnloser Welpe kann zu einem gefährlichen Wolf heranwachsen. Eivor, lass es. Hör zu. Du hast deine Ehre wiederhergestellt. Genieße den Sieg. Und morgen wird gefeiert. Du hast recht, Bruder. Du hast immer recht. Gudon, übermittle die Nachricht unseres Sieges deinem Neffen, dem König. Das habe ich bereits, Sigurd. Er wird höchst erfreut darüber sein und euch einen Ehrenplatz bei seinem Ting in Alrex Tadir einräumen. Sag ihm, wir kommen. Von der Schlacht berauscht und Ruhmeslieder singend. Suche die Gesellschaft von Königen und bald hast du deine eigene Krone. Wenn die Nornier es so vorsehen. Bleib hier und plündere, was du kannst. Ich überbringe Vater die Neuigkeit unseres Sieges, bevor er zu Haralds Ting aufbricht. Ich weiß, Sühnen. Ein andermal. Zwei Fähigkeitspunkte. Und was ist jetzt unsere neue Quest? Geburt, Geburtsrecht. Begib dich nach Alrex Tadir. Ach du Kacke. So, wir befinden uns da und müssen jetzt, wohin? Nach da. Was ist das hier? Ein Höhleneingang, oder? Man kann nicht das irgendwie ausblenden. Also hier gibt es auf jeden Fall erstmal noch ganz viele Reichtümer. die ich auf jeden Fall versuche einsammeln zu werden. Das ist... Mein Höhleneingang. In dem Haus ist auf jeden Fall was. Nahrung, hier ist ein Brief. Matthias Hau. Eisenstern. Was haben wir hier noch? Da hinten. Ich frag mich, ob dieser Sex ist jetzt denn? Ah. Was? Da hinten. Ist jetzt nicht hier drin. Und da drunter. In diesem Haus. Okay. Kommen wir hier durch die Tür. Nein. Von der anderen Seite. Können wir nicht hier rüber. Wir müssen hier erstmal das kaputt machen. So. Jetzt kommen wir auch hier rein. Dann ist da hinten wo der Höhleneingang oder so ist auch noch was. Das haben wir aber auch noch ein. Ist das hinterm Wasserfall? Ist das kalt? Mein Blut gefriert. Hm? 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 höher. Hier. Wie Gebiet nicht verfügbar. Fähigkeitsmenü? Ah ok, mit Hilfe von Büchern des Wissens kannst du Fähigkeiten erlernen. Fähigkeiten sind mächtige Kampfaktionen, wie Adrenalinkosten. Einige sind eher für den Nahkampf gedacht, andere für den Fernkampf. Du kannst bis zu 8 Fähigkeiten gleichzeitig zugewiesen haben. Was habe ich denn hier? In einem Todessuchtanfall schmetterst du deinen Gegner zu Boon, wo sie deine Schläge hilflos aufgeliefert sind. So, wie kommen wir jetzt da am besten hin? Wissen was ist das hier? Am besten mit dem Langboot, ne? Und das steht unten am Wasser. Das ist so ein Rätsel, ne? Das weiße. Das weiße. Probierend ist immer noch voll. Jetzt habe ich ne Schatzkarte gefunden ey. Oh este. So. 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 Hilf mir. Sei in meiner Augen. Ach so. Dann fahren wir jetzt mal da hin. So, das kann jetzt ein bisschen dauern, bis wir da angekommen sind. Wir müssen ja jetzt einmal hier um den Berg rum fahren. Ich bin ja mal belegen, da hinten den Aussichtspunkt zu holen. Hier war ich schon hier, ne? Ja. Glaub ich zumindest. So, wir fahren näher. Ich frage mich auch, ob wir von hier aus nach England fahren oder ob das noch eine Extra-Karte ist. Haben wir die Insel nicht schon geblendet? Erstmal. Ich meine ja. Können wir ja nachgucken. Hier können wir noch nicht rein. Senkt meine Raben. Wer kann was erzählen? Kennt ihr die Geschichte von den sechs christlichen Missionaren? Ist das hier richtig? Nein, ist nicht richtig. Von ihrem Glauben ab, um dem allmächtigen Tor zu huldigen. Du zeigstest ihnen, wie sie aus Kreuzen Hämmer machen können, indem sie sie einfach umdrehen. Und sie fehlen vor Freude in Ohnmacht. Die Geschichte? Äh, ja. Genau die. Was ist dein Problem? Mann, jetzt kommen wir ja nicht rum, ey. Was machst du denn da? Komm, wir plü- Dann plündern wir halt. Los jetzt, Wikinger! Komm, wir wohnen erstörlich zu Eis. Was ist das? Hat er jetzt den anderen getötet oder hab ich ihn getötet? Was haben wir hier in der Truhe? Mann, ich wollte nicht. Sieh für mich, Sühnen. Sieh für mich, Sühnen. So, den haben wir auch. Da ist wieder ein Kopf geflogen. Wer redet da mit mir? Hier ist noch eine Truhe drin. Oder auch nicht. Hier ist noch was. Bin ich blind? Ich seh hier nix. Kann ich hier drüber laufen? Tu ich nicht. Ich bin nicht blind. Ich bin nicht blind. Oh, komm, Teren jetzt, ja. Hä? Ja. Ja. Nicht in Feuer laufen. Ah, der nächste. Wo kommt der denn her? Wo sind denn noch welche? Und da steht einer. Mann. Haben wir jetzt hier alle? Ne, irgendwo kämpft noch jemand. Hier ist eine Truhe. Jetzt bin ich wieder hier in diesem Haus, ey. Genau hier müsste was sein. Spähe für mich in die Ferne sühnen. Ich glaube, das war hier alles. Also, wie das so mit der Plünderung funktioniert, weiß ich noch nicht so. Ich dachte, es gibt irgendwie am Ende, dass man es erfolgreich geschafft hat. Aber ist wohl nicht so. Das Segel bleibt nach unten. Warum? Sollen wir das Segel setzen, ey, wo? Mehr Segel! Segel! Dann würde ich aber jetzt erstmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschau! Tschau! Tschau!